Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Drakensang und es geht erstmal weiter mit einer kleinen Ankündigung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt im Sendeplan beziehungsweise woanders vielleicht gehört habt, ich muss vom 20. bis zum 30. August ein reduziertes Programm machen, weil ich da arbeitsmäßig unterwegs bin. Deshalb gibt es von Drakensang nicht wie gewöhnlich drei Videos, sondern nur zwei in dieser Woche, in dieser und in der nächsten Woche, also montags und freitags. Die Mittwochsfolge fällt für zwei Wochen weg. So, das gleiche gilt für Disco Elysium, aber ich glaube es sind nicht die gleichen Zuschauer, das sage ich einfach da nochmal. So, wir sind bei der Ruine oben auf dem Dach und da unten stehen Kultisten. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Das sind ein paar Drachenleute, vielleicht kriegt es ja Arthasch hin. Einmal einen, Moment mal, den Scharfschütze muss ich mir nochmal angucken, ganz kurz. Scharfschütze, Scharfschütze, was war das nochmal? Rüstungsschutz wird ignoriert und eine Wunde, das machen wir mal. Also, einmal Scharfschütze auf den Drachenkultisten und Gewendala darf auf den anderen, oder weißt du was, du kannst ja auch auf den, einen Fullmeniktus sprechen und dann schauen wir mal. Zack, einmal acht und eine Wunde, sehr schön. Und jetzt Vorgrim bitte, na gut, jetzt müssen wir kurz Pause beenden, damit die alle mal nach vorne kommen. Vorgrim bitte auf den, Arthasch bitte auf den da hinten, aber nee, mit dem Kriegshammer bitte. Mit defensiven Kampfstil auf den und Rulana darf auch nochmal, die müssen wir auch nochmal nach vorne bewegen, das sieht nämlich gerade nichts. Ja, da kommt noch einer, der ist schon ziemlich hinüber, dann gehen wir auf den. Oh, okay, dann gehen wir auf den. Das scheint hier schnell zu gehen. Das Schwein greift schon mal die letzten an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, kein Problem hier. Während die, die letzten da unten, der liebigen, sammelt Gewendala hinten Ruhe auf. Okay, das war aber bestimmt nicht das Ende. Aber sie schweben. Es sind Kultisten. Sie schweben in der Luft, wenn sie sterben. Äh, nicht sprechen bitte. Einfach aufsammeln. So, defensiver kamst du wieder aus. Da geht's rein. Rein in die Ruine. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das wird bestimmt heftig hier drin. Gehe ich mal davon aus. Zumindest. 30 Erfahrungen, nur dass wir hier reingekommen sind. Gestohlene Wissen aktualisiert, wie ein Schatten aktualisiert. Was haben wir da drin? Dringe in die Ruine ein. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir das Buch der Schlange finden. Ganz genau. So, und wie ein Schatten. Was ist das? Der Schutzwall ist gefallen. Aber die Kultisten haben noch nichts bemerkt. Sie gehen weiter ihrem düsteren Berg nach, ohne zu ahnen, dass sich der Widerstand im Dunkelwald erfolgreich formiert hat. Gelange unbemerkt. Die Ruine ist dunkel und verlassen. Offensichtlich haben die Kultisten im Inneren noch nicht herausgefunden, was draußen vorgeht. Ich sollte versuchen, in das Herz der Ruine vorzudringen, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das könnte die Überlebenschancen deutlich erhöhen, denn ich habe keine Lust, als Opfertier auf einem ihrer Altäre zu landen. Heißt das Altäre oder ist das Altare? Aber unabhängig davon... Ups, was ist jetzt los? Nein, jetzt ist er wieder rausgegangen. Ach, ich hasse das. Ich habe doch nur nach vorne gedrückt. Ich gehe gleich wieder rein. So bleiben wir auf jeden Fall absolut unbemerkt. Wir gehen wieder rein. Macht die Tür doch noch ein paar Mal auf und zu, damit auch keiner merkt, dass wir reinkommen. So, ich drücke jetzt wieder einmal auf den Boden. Das funktioniert dann meistens besser, wenn da irgendwie sowas ist. Gut, wenn wir ruhig sein sollen, dann werden wir gehen. Ausnahmsweise mal wieder. Hier liegt auf jeden Fall einiges rum. Die Musik ist gut. Und Wein gibt es. Der schon lange nicht mehr getrunken wurde, auf jeden Fall. Alles klar. Diese Mauern bergen viele Geheimnisse und Gefahren. Aber wenn wir leise sind, können wir sie vielleicht umgehen. Lasst uns beruhsam vorgehen. Tja, Feigling. Wenn ich das alles nur höre... ...habt ihr etwa Angst vor diesen Kundenträgern? Das sehe ich genauso. Rondra liebt die heimlich-tua nicht. Ja, jetzt ist ja gut, Leute. Wir probieren mal, leise zu sein. Das fällt uns schwer. Amazone, zwei Zwerge. Das ist nicht so leicht mit dem Schleichen, auf jeden Fall. Die Tür hat sich aber schön leise aufgemacht, auf jeden Fall. Das ist gut, das ist gut. Was ist da? Da ist ein Drachenkultist. Das ist eigentlich doof, dass man das sieht. Okay, hier ist ein Wachraum in irgendeiner Form. Und da geht es zum Vor... Vor... Zum Verlies. Ah, zum Verlies. Alles klar. Tja, wollen wir... Zum Verlies würde es ja nach unten gehen. Wenn wir jetzt unbemerkt bleiben wollen, müssten wir wahrscheinlich zum Verlies runter, oder? Okay, hier gibt es neue Mucke, auf jeden Fall. Und was die immer große Räume bauen, ne? Immer Decken von 8 Meter Höhe. So, wie sieht es hier aus? Ist nix. Wachraum oder Verlies? Ich glaube, ich würde mal linksrum zum Wachraum zumindest mal reinlugen. Hm. Da ist eine Tür davor. Das Schwein schleicht auch mit. Dann gucken wir da nochmal ums Eck. Da geht es hier auch rein. Oh, da ist was. Offensichtlich. Ah, ja. Okay. Und es gibt einen Lagerraum mit, äh... mit Streckbank. Mhm. Lagerraum mit Streckbank. Was will uns das sagen? Tja, da stehen sie. Also wenn wir unbemerkt hier rein wollen, dann dürfen wir da nicht lang. Dann sollten wir auch nicht in den Wachraum gehen, glaube ich. Weil Wachraum, da haben wir ja gerade schon einen gesehen. Auch wenn das doof ist, dass man das jetzt weiß, dass da einer ist. Aber dann würde ich doch sagen... Also es verlockt einen natürlich, da drauf zu hauen. Aber ich gehe jetzt erstmal in die andere Richtung. Dann gehen wir erstmal Richtung Verlies. Bei Rondra, lasst uns diesen heidnischen Götzendienst beenden. Ja, du hast ja recht irgendwie. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Überlebenschance, ne? Steht in meinem Tagebuch. Ich meine, habe ich selbst reingeschrieben. Aber gut. Gucken wir nochmal hier, was es hier gibt. Wir können ja sonst zurückkommen. Die werden schon noch eine Weile da ihren Götzen anbieten. Wo geht es hier lang? Gut. Das Tor ist verschlossen. Aber das ist... Für Artosch's flinke Finger bestimmt kein Problem. Achso, nee, doch. Ist doch ein Problem. Mit der Haarnadel geht es nicht. Mit dem Dietrich geht es auch nicht. Hm. Hm. Ja, okay. Dann müssen wir doch da drüben... Dann müssen wir doch drüben gucken. Ich glaube mal ein Stück. Stück wieder zurück. So, und jetzt... Äh, schleich mal. Der will nicht schleichen, irgendwie. Oh Gott, das Schwein stirbt gleich. Nicht, dass sie das hören. Kann man das auch wieder wegzaubern eigentlich. Wer ist denn gut im Schleichen? Das ist ja nicht. Arthosch 1. Großartig. Rolana 0. Noch besser. Vorgrim. Minus 2. Okay, Vendala 6. 33 kostet das. Mut, Intuition, Gewandtheit. Auch nicht alles ihre besten Werte. Kriegst nochmal zwei Punkte drauf. Eigentlich nicht das, was wir da machen wollten, aber schleichst du jetzt oder gehst du? Man kann nur schleichen und gehen. Was soll das heißen? Ah, jetzt rennt sie. Jetzt ist Schwein gestorben. Ah, jetzt schleicht sie. Mit Schwein kann man nicht schleichen. Scheinbar. So, Vendala geht jetzt nach vorne. Die ist natürlich dann richtig im Bedrängnis, wenn die das jetzt nicht schafft. Schauen wir mal, ob sie es schafft. Nicht, meine Brüder. Auch wenn der Schutzweil gefallen ist. Der Gebieter wird uns Kraft geben, die Ungläubigen zurückzuschlagen. Mit Feuer und Schwefel werden die Drachen des Gebieters kommen und sie über die Verblendeten bringen. Auf das deren Fleisch verbrenne. Okay, die haben auf jeden Fall eine Schacke. Und sie können Latein. Ich habe jetzt eine Falle entdeckt. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Ich probiere mal weiter zu schleichen. Hauptsache, wir kommen jetzt nicht rechts rum. Falle entdeckt, Falle entdeckt. Ah, hier sind Fallen. Ah, das ist natürlich doof. Aber wir sind erstmal durchgekommen. Das ist schon mal gut. Und ich hoffe, dass die anderen schön da bleiben, wo sie sind. Dass sie nicht jetzt irgendwie gleich losrennen. Dass auch die Kultisten da bleiben, wo sie sind. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass sie das jetzt nicht kann, sondern dass wir das Arthasch beigebracht haben. Das scheiß Schlösserknacken. Ach, verflixt nochmal. Jetzt muss Arthasch hierher schleichen. Das wird doch nichts. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Das ist halt verschlossen hier. Das Holzfass können wir zerstören. Die Seilbinde können wir... Ah, eine Seilbinde. Okay. Da sind überall Fallen drin. Ich würde schon gerne wissen, was drin ist. Aber wir betätigen jetzt mal die Seilbinde hier. Ohne zu wissen, was das tut. Nein! Was ist jetzt passiert? Die Deppen sind nach vorne gelaufen. Och, ihr Deppen, wirklich. Ich kriege die Krise. Warum? Warum lauft ihr denn nach vorne? Warum schleiche ich denn da hin? Na gut. Dann hätten wir wohl gemeinsam schleichen müssen. Aber das heißt, wir haben jetzt... Jetzt haben wir das... Äh... Ne. Noch ist es da. Oh... Wie mich das aufregt. Heißt das jetzt ist... Ja. Ah, jetzt ist die Quest gescheitert tatsächlich. Wie ein Schatten ist gescheitert. Na ja, gut. Wenn unsere Truppe so doof ist und unbedingt kämpfen will, dann ist das jetzt halt so. Defensiver Kampfstil. Ach man, das ärgert mich aber jetzt. Sind wir so schön geschlichen. Jetzt steht die eine auch ganz woanders wie die andere. Aber gut. So, du da drauf. Du auf ihn. Und Rulana, du kannst aufhören zu schleichen. Deine Kollegen haben keinen Bock gehabt zu schleichen. Und du musst mal ganz schnell zurück. Und hoffen, dass hier keiner kommt. Eins, zwei, drei, vier. Da stehst du ganz gut. Einmal bitte Pulminictus auf. Nehmen wir den. Jetzt kommt es zu euch. Ich weiß nicht, ob es hier aussieht. Oder ist auf jeden Fall einiges los. Da kommt jetzt noch einer von hinten. Ja, aus der Wachstube kommen die anderen nämlich noch. Ach man, Leute. Ihr seid so doof, wirklich. So, jetzt probieren wir den zweiten da wegzuhauen. Noch geht es allen ganz gut. Aus denen. Artosch. Kümmern sich um den, der sonst von hinten angreift. Vielleicht. 22 ist gut. Jetzt hat Rulana was abgekriegt. So. Du hast gut gezaubert. Jetzt gibt es einmal Balsam Salabunde für Rulana. Okay, der nächste ist hinüber. Man sieht nix. Verdana, kannst du vielleicht... Kannst du zaubern, wenn du eine Fackel in der Hand hast? Eigentlich. Wo sind die Fackel eigentlich? Wer hat denn die Fackel eingesteckt? Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie müsste eigentlich zaubern können damit. Vielleicht hilft es auch im Kampf ein bisschen. So. Wie klappt ihr noch? Der ist halb weg. Okay, Artosch. Und der hat eine Wunde. Artosch geht auf den. Ullana bringt den um. Vorgrem macht die letzten Reste. Und Gwendala schaffst du es schon. Naja, du musst erst mal den Balsam Salabunde... Ach, den hast du schon, oder was? Ja, weiß ich nicht. Dann machen wir einen Fulminictus auf den, der noch voll ist hier. Okay, den Schlüsselhammer. Das hat auch ganz gut geklappt. Das geht auch allen noch ganz gut. Okay, soviel zum Schleichen. Das macht die Sache etwas einfacher. Oder auch nicht. Wir haben viel zu viel Zeug dabei. Das ist schon mal klar. Und werden auch in Zukunft wahrscheinlich immer zu viel dabei haben. Wir sammelten da gerade Vorgrem. Tagebuch. Das Tagebuch von Pansukulos. Das müssen wir gleich lesen. Aber erstmal sammeln wir noch ein bisschen, was sie noch so dabei haben. Mit ein. Verkloppen das alles. An Bredo. Der das ja alles durch die Gegend schleppen muss. 300 Kultisten Dolche. So, Vorgrem. Apropos 300 Kultisten Dolche. Benutzen ist gut. Info. Ja, dann wohl benutzen. Lesen. Ach du meine Güte. Na gut, liebe Leute. Das war's dann mit der Folge. Nein, also. Sie haben mich aus der Bibliothek komplementiert, bevor ich die wichtigen Passagen des Kompendium Dracomagiae kopieren konnte. Gesäß schmerzt immer noch immer. Schmerzt noch immer. So rum. Auch hier in Punin sind sie also die seelenlosen Lakaien der Orthodoxie. Wie in der Kustlika Bibliothek, wie im Tempel der Sonne zu Garet, wollen sie meine Forschung behindern. Doch Erleuchtung wird ihnen zuteil werden, wenn der Art Herz erst mir gehört. Was ich gelesen habe, muss ich mühsam aus dem Gedächtnis hervorbringen. Meine letzte Kraft opferte ich für den Ban Baladin Cantus, damit mir der Bibliothekar das kostbare Werk aus den versiegelten Kammern brachte. Denn natürlich hatte sich dieser seelenlose Lakaide Orthodoxie verweigert. Notiz an mich, Memorans Tau Matursom anfertigen lassen. Die Worte Per Drodons, des großen Verkünders der Wahrheiten zum Ad Herz, will ich hier zusammenfassen, ohne dass sie ihr Feuer verlieren. O Hesinde, schenke mir klaren Geist. Abstraktum C. D. Contentum, Seite 237-238 P. D. kontempliert über sein Gespräch mit Agapir Draconis, meine Güte, auf jeden Fall irgendein Spruch. Es gibt einen Stein, geboren aus dem Herz des Lapis-Philosophorum. Der ist nicht gedacht für die jungen Völker und Teil der alten Äonen von Drachen und Riesen. Er ist Chor Akanum, das verschwiegene Herz, und Chor in Umbris, das Herz in den Schatten. Hinweis auf Lage des Herzens, finster Kamm, Fragezeichen. Versteckt vor aller Welt. Er ist Chor Salutare, denn geschaffen wurde er zum Heil der Schöpfung. Und er ist Chor Konvaleszenz, denn wer ihn nimmt, wird erstarken und die Mächte der Welt untertan wissen. Vor allem anderen aber ist er Chor Intemperentiae. Ich habe keinen Latin gehabt, merkt man das? Nö, ne? Denn er vermag in unseren Händen Dinge jenseits unserer Ahnung zu vollbringen. Er verwandelt Blei in Gold. Er erhöht Sterbliche zu Unsterblichen. Er befreit Magie zur Freizauberei. Er lässt Willen zur Schöpfung werden, Frage zu Wissen und Suche zu Weisheit. Geheißen aber soll er werden, Chor Adamantinum, das adamantene Herz. Denn er strahlt im magischen Feuer und sei jeder Kreatur von Geist das Desiderium Ultimum. Zwerge schürfen nach dem Stein, Menschen reisen auf seinen Spuren und auch Drachen begehren ihn, um ihm dem Drachenkaiser darzubieten. Aus dem Werktagebuch des Alchemisten Pelurias Pansukulo. 982. Vorbussbrossfall. So. Na gut. Und da vorne haben wir noch ein ganzes Buch. Das können wir nicht lesen. Äh, die Truhe ist verschlossen. Info, öffnen. Moment. Arthos. Ähm, ich glaube wir haben hier... Genau. Das müssen wir jetzt machen. Fallen, entschärfen. Vorher machen wir mal den defizitiven Kampfstil aus. Fallen mal entschärfen bitte. Und Vorkrim stellt sich schon davor, damit er das abkriegt, wenn da was rausgespritzt kommt. Das hat aber geklappt. Ah, nee. Das wird nicht klappen. Da müssen wir erstmal einen Dietrich in die Hand nehmen. Ach, nee, doch. Das hat doch geklappt. Mann, ist der gut, der Arthosch. So, es gibt Sandalen und noch einen Kultisten durch. Knaller. Knaller Box. So. Dann schauen wir nochmal weiter. Ach, Mann, dass das mit dem Schleichen nicht funktioniert hat. Ich wollte so gerne mal auch so eine... Das wäre schön gewesen. Mal so eine Runde im Schleichmodus zu durchlaufen. Und nicht immer überall einfach drauf zu kloppen. Aber gut. Sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Wässer, dann können wir jetzt auch Holzfässer zerhauen. Und unsere Helle aufsammeln. So. Dann, Arthosch bitte wieder. Einmal entschärfen. Und einmal öffnen. Vielleicht klappt es ja wieder einfach so. Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Jetzt warten wir mal. Zittrige Hände, zittrige Hände. So, Haarnadel raus. Und Haarnadel rein. Na, well, so. Und wir haben einen Kultisten-Dolch. Ach, Mann. Das ist ja wirklich unverschämt. Wird mir nicht viel verpasst, wenn wir jetzt geschlichen werden. Wären. So, Arthosch. Und dann das gleiche nochmal. Dann holen wir uns noch den ganz besonderen 85. Kultisten-Dolch. Den holen wir uns jetzt hier raus. Nein, halt. Mach's nicht. Mach's gleich mit der Haarnadel. Sonst zitterst du mir wieder so lange. Ja, es ist tatsächlich nichts anderes, außer Pfeile. Die kann ja Gwendala gleich mal nehmen. Na gut. Dann hauen wir da nochmal drauf. Die Seilwinder haben wir jetzt bewegt. Wir wissen nur nicht, wofür sie war. Aber ich gehe mal davon aus, dass das einmal Bewegen jetzt gereicht hat. Huster, Huster. Mann, Mann, Mann. So. Das haben wir alles gesehen. Dann können wir jetzt auch in den Wachraum gehen. Mit Arthosch vorneweg. Ja, das gefällt euch wieder. Da sind alle wieder mit dabei. Schön hinter allem her dackeln. Halt, Moment. Da ist noch einer. Der hat noch was. Der hat noch einen Kultisten-Dolch. Den wollen wir ja nicht. Den können wir nicht hier lassen. So. Dann schauen wir mal. Jetzt dürfte die Wachstube offen sein. Hallo? Bier. Pferdocker bestimmt. Und noch eine Truhe. Da haben wir ja jetzt mal Glück. Ist hier noch was? Ne. Ist da eine Falle drin, ist die Frage. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Da scheint es keine Falle zu geben. Aber macht es mal gerne mit der Haarnadel, bitte. Und Rulana darf aufmachen. Ne Pfeife. Schön. Eine benutzte Pfeife. Mann, dieses Verlies. Eine Schatzkammer nach der anderen. Na gut. Dann gucken wir mal, ob das die Seilwinde, das Tor da auf der anderen Seite geöffnet hat. Beziehungsweise wir haben ja auch einen Schlüssel gefunden. Da muss ich auch noch mal gucken. Wer hat denn den Schlüssel eigentlich? Joost. Es ist Joost-Schlüssel. Ein Priester der Drachenkultisten hat diesen Schlüssel bei sich getragen. Wer weiß, wozu er gut ist? Soll ich mal raten? Könnte es ein Schloss sein? Scheinbar. Dann. Komm, wir gehen noch mal ein Stück. Ein bisschen Spannung aufrechterhalten, auch wenn es nichts bringt. Ab ins Verlies. Das wird hoffentlich gut. So. Tja. Man erkennt nicht so richtig, was besser wäre. Da ist eine Holztür. Türen soll man öffnen, oder? Okay, hier ist wieder... Na gut, hier ist überall Kultisten-Gebiet. Okay, da ist eine Falle. Alles klar, jetzt habe ich mich selbst erschrocken, tatsächlich. Ist da jemand? Nee. Gut, bevor wir da drüber laufen... Einmal entschärfen, bitte. Gut, das Problem ist gelöst. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ha, das ist ein Wachraum. Ja, aber gut, jetzt ist es ja eh zu spät. Jetzt hauen wir einfach kaputt. Was kaputt zu hauen ist, ne? Weil wenn die sonst alle... Oh, das sind schon wieder vier. Jetzt schon Pause. Ah, da steht einer. Einmal defensiver Kampfstil und draufhauen. Und die anderen kommen... Ah, Rulana auch vorne drauf. Ah, jetzt haben wir... Dummerweise... Wir machen das erstmal auch wieder mit dem Wuchtschlag. Vielleicht werfen wir auch einfach einmal hin. Hin, da hinten. Und wir denken gleich dran, dass wir Gwendala... Neues Schwein zaubern lassen. 26. Alter. Das hat doch ganz gut funktioniert. Aber jetzt hat sie aber fast kein... Kein Leben mehr. Arthosh wurde umgeworfen. So geht das nicht. Ich probiere den nochmal voll zu hauen. So, hier ist auch hinüber. Sehr gut. Arthosh wurde umgeworfen. Äh, Rocker meine ich. Das sieht gut aus. Gwendala, wo stehst du? Du sollst dich da nicht immer reinstellen. Na gut, dann sammeln wir auf. Unser Inventar wird so voll sein. Ich glaube, wir müssen die Sachen echt auch... Kultisten-Deutsche kann man, glaube ich, nicht stapeln. Das ist das Problem. Die haben alle das Gleiche dabei. Ich kann es aber nicht lassen. Es könnte ja irgendwo was Spezielles drin sein. So, der Wachraum ist gesäubert. Ähm... Holzfässer. Einfach Hafebände. Einfach Heer Verband, wollte ich jetzt sagen. So. Zwei Truhen, die zu sind. Das muss Arthosh wieder machen. Und du kannst nochmal da ins Holzfass gucken. Heilsalbe und ein Silbertaler. Na, immerhin. Na, immerhin. So, defensiver kam es hier wieder aus. Einmal Falle entschärfen. Falle ist entschärft. Einmal öffnen. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen, die A-Nadel zu nehmen. Ja, gut. Dann hau in der Zwischenzeit mal aufs Holzfass, sofern du zitterst. Das sollte trotzdem klappen. Dann kannst du erstmal auch da die Falle entschärfen. Achso, nee, brauchst du gar nicht. Na gut. Das Ding leuchtet auf jeden Fall interessant. Deswegen sollte da ja eigentlich was Spezielles drin sein, oder? Oder? Nix. Gar nix ist da drin. Ich glaube, es hackt wirklich. Nein, halt, halt, halt. Haarnadel nehmen. Ja. Und? Tatratar. Ein Kultisten-Dolch. Cool. Ähm. Gut. Ich glaube, das war's. Da ist noch ein Holzfass. Das machen wir natürlich noch. Aber ansonsten. Das hier nischt. Zwei Einbären. Achso, das kannst du gar nicht nehmen. Scheint es aber genommen zu haben. Die Einbären stapeln sich auf die anderen, glaube ich. Okay. Wachraum gesäubert. Weiter geht's. Beziehungsweise, nee, es geht nicht weiter. Denn es geht weiter in der nächsten Folge. Ja, schade. Wir sind doch wieder die Haut drauf, Jungs. Aber wir sehen auch mehr so aus wie die Haut drauf, Jungs. Als wie die Schleich-Jungs. Würde ich sagen. Hm. Schöner Zoom. Schöne Falle entdeckt. So machen wir weiter beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.